Nimm ich Fuse oder nehm ich nicht Fuse? Folge Nummer 3? Ja, Folge Nummer 3. Scheiße, es gibt gar kein Fuse hier. Aber mit Smoke fahr ich gut im Moment. Komm, Xer, Kindi, nimm Carsten. Carsten. Ja, du doch nicht, der. Er erzählt was vom Carsten hier. Ja, Xer, Kindi, hab ich gesagt. Achso, wo ist er denn? Präsidenten Flugzeug. Bindung 60. Ey, du hast 60, ich 65 und die anderen über 100. Den Bereich sichern, die Bomben weiterschützen. Äh, Bombe A ist hier und Bombe B ist da, äh, ja. Oh, ich hab Ruck, Moment. Zeit für einen wirklichen Schuss. Okay, der macht von da zu. Ah, er ist Ruck, okay. Oh, ich hab mal was rein. So, geht rein. Wand wurde verstärkt. Das Problem, jetzt kommt es. Fünf Sekunden. Ja, Mute, mach doch. Ich weiß nicht, was der Muten macht. Und Orte sind sicher. Also, ich bleib hier. Ja, ich versuch auch. Und, ich würd sagen, ich mach hier auch zu. Ich bin einsam und allein. Äh, keine Panik, Bruder. Ich komme. Hab dich jetzt so gemacht. Eine Bombe wurde von den Gegnern lokalisiert. War super, unsere. Oh, scheiße. Nee, es ist echt scheiße. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Ihr wisst, was zu tun ist. Oh, nee, die andere haben sie gefunden. Schild. Lass es kommen. Eine kleine Tarnung. Scheiße. Scheiße. Vorsicht, Hibana. Nein. Ich konnte nicht so schnell nachladen. Bist. Shit. Ich weiß nicht, warum die Cavera hier so rumfährt. Äh, rumfährt. Hummer. Nein. Wir aktivieren jetzt die Bombe und dann. Junge, du hast Kontaktgranaten. Warum machst du die nicht? Die beiden. Er kommt, er kommt, Junge. Alter, was ist das für ein kleiner Schlingel, Alter. Der Bombe wurde erfolgreich platziert. Vorne, die sind vorne bei, ja. Ah, mies. Eigenatum eliminiert. Mission gescheitert. Aber da frage ich mich, wie kann die Hibana so viel schlucken, ey. Boah. Ganzes Magazin. Ich wollte mein Schild noch aufbauen, ey. Warte, kurz auf, K, Alter. Habe ich noch rechtzeitig geschafft? Boah. Finde die Bombe. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Ist Hibana dabei? Dann haben wir die Bombe schon. Uh. Ne, haben wir nicht. Doch. Hibana ist doch die Bombe. Hibana, nicht Hibana. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Sauber. Echo haben die. Jo. Er hat mich. Zehn Sekunden bis Einsatz. Alter, wie viele Punkte habe ich reingeschossen, Alter. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Entschärfer ist jetzt gesichert. Scheiße. Rück zur Bombe vor und entschärft sie. Wir könnten wirklich von da und beim Reinfuzen. Lass doch mich einfach machen, Mensch. Ich verbreite etwas Rauch. Alter, Hilfe. Ich seh nichts, ich seh nichts. Die sind bestimmt hier, ne? Warte mal, ich fuse mal hier rein. Ah, geht nicht. Scheiße. Oh, leck mich. Echo hat mich gut gesnipet, ey. Oh, leck mich. Du hast den Entschärfer fallen gelassen. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Weiß nicht, wo der sitzt. Links. Das ist falsch. Ich glaube, im Raum. Im anderen, im anderen. Achtung, er kommt. Rechts. Rad schneller, Junge. Ich fasse diese Ladezeiten. Jetzt hätte ich auch ducken sollen. Boah. Mensch. Aber was für ein Scheiß Aim ich hatte, ey. Baller erst mal um den rum, ey. Wie ist das? Wie ist das? Das ist ein guter Cover. Schrotflinte. Nee. Die Bomben schützen Ah nein Also noch beschissener geht's nicht Die Bomben ist hier und B ist da Echt Scheiße ist das Die Bomben haben eine Bombe lokalisiert Verteidigung entsprechend planen Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert Auf feindliche Aktionen vorbereiten Kommt befestigt Kommt schon der erste Problem Bei uns, bei uns der erste Okay, ich komme von da alle Scheiße Und vom Drop Kommt noch Ey, den Blackbeard habe ich richtig zwischen den Nüsse geschossen Der hat noch ein bisschen Leben Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt Der ist fast tot Achtung Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert Junge, die lenken dich ab Von rechts Hinten Hinten Kommt um die Ecke geschossen Also ich muss sagen Ich habe jetzt runter Was habe ich denn gemacht? Weiß ich nicht Ich habe eigentlich gar nicht so was die Ecke geschossen waren wir Ich habe meine